Und nun ist es mal wieder Zeit für Assi Reviews mit Baron Wilhelm von Assi. Heute, Chocobo Panic. Yo, 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 das ist das geilste Mechenspiel, das ich in meinem Leben gespielt hab. Also, da ist dieser Typ namens Chocobo. Und da ist ein Chocobo. Das ist voll unlogisch. Der heißt so, wie das, was er ist. Das gibt's überhaupt nicht. Das ist wie, wenn ich Assi heißen würde. Und der sieht aus, wie wenn ein Typ mit einem Huhn gebumst hat und das, was dabei rauskommt, gelb anmalt. Und der ist in so einer Welt, in der es alles hell und bunt und leuchtet. Und ich war total geflasht. So geflasht bin ich nun mal nur, wenn wieder Sommerschlussverkauf auf bunte Pillen ist. Und in der Welt liegt voll viel Bling Bling rum. Und der Typ muss das alles einsammeln. Und dabei würde er aber von so Viechern verfolgt, den kaputt machen wollen. Ohne Scheiß. Wer nimmt den Typ seinen Bling Bling weg? Und dann kommt er an so verschiedene Orte, wo das Bling Bling rumliegt. Zum Beispiel eine Straße mit voll den geilen Karren. Oder nach Silicon Valley. Mann, das hat voll die falschen Erwartungen geweckt. Ich hab dauernd drauf gewartet, dass großbristige Models da rumlaufen. Oder auf so einen Friedhof. Oder in so einem Level, das aussieht wie Zelda. Und auch noch Zelda Tribute Heist, wenn das mal kein krasser Zufall ist. Und dann auf einmal kommt da so ein Vogel ins Bild so. Und auf einmal kommt da ein Flugzeug und dann der Vogel so. Und dann ist Weihnachten. Und dann hat der Trooper eine coole rote Mütze auf. Scheit. Und wieder muss der lauter Bling Bling aufsammeln. Und dann ist er in Düsterburg und da läuft Randy rum. Der hat sich von seiner durchzechten Nachtwo wieder erholt. Und dann ist da so ein Spielzeugladen und der ist voll riesig. Das erinnert mich an früher, wo ich mich immer im Laden verlaufen hab. Der kleine Baron Wilhelm kann an der Information abgeholt werden. Der kleine Baron Wilhelm soll bitteschön an der Information abgeholt werden. Er wird schon handgreiflich. Könnten Sie bitte den kleinen Baron Wilhelm endlich an der Information abholen? Er hat sich soeben entblößt. Der kleine Baron Wilhelm hat soeben über die Wurstzeke uriniert. Und dann ist da dieser Typ namens Yoshi. Und der muss nicht nur Bling Bling aufsammeln, sondern Eier suchen. Da könnt ihr mal bei mir in der Hose nachgucken. Da sind genug Eier für drei Leute vorhanden. Und dann ist da dieser Typ namens Pogo. Ganz ehrlich, Pogos mag ich nicht. Und die mich auch nicht so. Die hängen immer auf dem Marktplatz rum, pögeln rum und verprügeln mich. Ne man, da läuft ein Pogo rum und klart noch dem Chukobus einen Bling Bling. Das finde ich nicht gut. Und dann ist da noch dieser Level namens Classical Pac-Man. Und der war so beliebt, dass da später noch ein eigenes Spiel draus gemacht wurde. Namens Pac-Man. Wow, cool. Und dann ist da noch so eine Map, die Veldabore Tribute oder sowas heißt. Das ist irgend so ein Tribut an so ein Noob-Spiel. Und dann sind da diese Typen namens Nibulana. Und die haben ein Palast, wo lauter Bling Bling rumliegt. Und irgendwie schießen die das ganze Bling Bling aus, was sie in den Weltraum. Und dann werden die Chukobus hinterher geschickt mit einem Raumschiff. Wie bei Delta Star. Ach Gott. Und dann gibt es jetzt nicht mehr nur das gelbe Chukobo, sondern ein blaues Chukobo, ein rotes Chukobo, ein grünes Chukobo. Ey, ich weiß ja nicht wie viele Typen mit Hühnern rumbumsen. Ne, ich würde es nicht tun. Ja gut, es gab da diesen Eventualfall, aber da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Und das Spiel ist jetzt nicht mehr nur bunt. Das ist jetzt farbig bunt, blinke, blinke. Mein Gott, ich weiß nicht, ob das nur ein Spiel ist oder ein Ersatz für Drogen. Also wenn ihr cooles Spiel mit coolen Typen coolen Bling Bling spielen wollt, oder wenn ihr gerade einfach kein Geld für gute Drogen habt, dann spielt Chukobo Panic. Die gute Freude für Jung und Alt. Ich bin Baron Wilhelm von Assi und jetzt gehe ich mir erst mal einen Job suchen. Ey, hat jemand einen Job für mich? Mann, ey! Oder weiß irgendjemand, wie man einen Hut drauf abrichten kann, dass es Bling Bling sucht? Ich wittere eine Geschäftsidee!